Im Hintergrund der dramatischen Lage in der Ukraine stellt die Hilfe für geflüchtete Menschen, die hierzulande Schutz suchen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. So leistet unsere Gründungsstifterin, die LEG, einen wesentlichen Beitrag, indem sie Wohnungen zur Verfügung stellt und wir als Stiftung ergänzen das Ganze, indem wir für eine Ersteinrichtung und Ausstattung dieser Wohnungen sorgen. So finden die geflüchteten Menschen von Anfang an ein echtes Zuhause, also einen geborgenen und sicheren Wohnraum bei uns in Deutschland vor Ort. Copyright Untertitelung. BR 2018